Jawohl. Ich habe eine Frage zum Tief-Tiefschlaf. Ah. Kommen wir da immer rein? Da kommt keiner rein, da kommst du nicht raus. Brauchst du eine gewisse Stunde Schlaf? Nö. Das bist du sogar am Tag. Da brauchst du noch niemals schlafen dafür. Musst dir mal vorstellen. Der Tief-Tiefschlaf ist noch ein Hinweis darauf, auf das Wesen des Schlafens. Also das Wesen der Wachheit, das Wesen des Schlafens, das Wesen an sich, was du bist, also deine Natur. Da kommst du nicht rein oder kommst du nicht raus. Die bist du jetzt und du bist im Schlaf. Das ist eine Schlafphase. Du bist es in der Schlafphase und in der Wachphase. Also dann kann es auch in der Tief-Wachphase, die Tief-Wach- und der Tiefschlaf. Tief-Tief-Schlaf und Tief-Tief-Wach. Du bist immer tief-Tief. Tief-Tief-Tief-Wach. Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief-Tief Vielen Dank.